Seit mehreren Jahrhunderten ist es schon im Besitz von St. Peter am Perlach in Augsburg. Lange Zeit war es jedoch, verräumt in den Archiven, völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt ist das äußerst berühmte und auch wertvolle Gemälde mit dem ursprünglichen Titel Salus Populi Romani wieder aufgetaucht und nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu sehen ist Maria mit ihrem Sohn. Die Augsburger Kopie entstand, so die Schätzungen, um 1700. Der Künstler jedoch ist unbekannt. Das Besondere ist, dass es ganz wenige Kopien des Originalbildes gibt. Das Originalbild ist eine Ikone, aus welcher Zeit ist nicht bekannt, dass in Maria Maggiore in Rom hängt. Und in Maria Maggiore ist ja die Bischofskirche des Bischofs von Rom, also des Papstes. Das heißt, wir haben damit mit diesem Bild eine intensive Verbindung zur Gesamtkirche. Und der Legende nach wird es dem Evangelisten Lukas zugeschrieben, weil Lukas von den vier Evangelisten am meisten von der Kindheitsgeschichte Jesu hat. Und in der Kindheitsgeschichte kommt natürlich Maria sehr, sehr intensiv vor. Und das ist nun die Querverbindung. Den Stein ins Rollen gebracht hat die Marienwallfahrt nach Eichstätt am vergangenen Wochenende. Dort stand die Darstellung der dreimal wunderbaren Mutter Gottes, ebenfalls eine Kopie des berühmten Marienbildes in Rom, einen Tag lang im Mittelpunkt. Sie stammt aus dem Ingolstädter Liebfrauenmünster. Erst ein Bild dieses Gemäldes, das ihm ein Eichstätter Kollege gezeigt hatte, hat Martin Ziegelmeier vom Bürgerverein St. Peter am Perlach ins Grübeln gebracht. Dann sage ich, das haben wir auch. Dann sagt er, das ist fast nicht möglich. Dann sage ich, doch, gehen Sie mit ins Archiv, ich zeige es Ihnen. Und dann waren wir beide sehr, sehr erstaunt. Erstens er, dass wir eine alte Kopie von 1700 haben und ich, was wir für einen Schatz haben und wir das gar nicht wussten. Im Verzeichnis, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, steht es einfach Madonna mit Kind und zwar von den ersten Inventarverzeichnissen. Also wir wissen auch nicht, wie es in die Kirche gekommen ist, das Bild. Es ist einfach immer schon da. Wir haben dann das Bild gereinigt, das haben wir selber gemacht und zwar mit Brot abgetupft, ganz vorsichtig und einen Furniss drüber, ganz leichten Furniss. Und Sie sehen ja jetzt, wie wunderschön das Bild wieder rausgekommen ist. Das Mariengemälde in St. Peter am Perlach in Augsburg ist noch den ganzen Mai über im Altarraum ausgestellt. Danach soll es nur für kurze Zeit abgehängt werden. Derzeit wird die St. Felicitas Kapelle in St. Peter am Perlach hergerichtet. Dort soll das berühmte Gemälde von Maria mit ihrem Sohn dann dauerhaft seinen Platz finden.